Hallo, ich bin der Andi, ich bin aus der Schweiz, ich bin hier bei Pilates & Friends, ich freue mich hier zu sein mit meinem Trüppchen und wir machen heute ein Spezial auf dem Reformer für Becken- und Rückenstabilität. Probiert jetzt mal da hinten zu bleiben, genau, bleibt in dieser Dehnung hinten, ja, genau, bleibt dort, bleibt hinten mit den Beinen, ja, genau, super. Vielleicht noch ein kleines Stückchen, genau, um hier die Knie zu heben und jetzt streckt ihr die Beine, mit dem Einatmen wieder zurück. Bitte genau diese gleiche Stabilität, oh, super, genau, ausatmen, öffnen, einatmen, halten und ausatmen, drücken. Ihr könnt hier wirklich die Kontrolle von diesem Becken behalten, wenn ihr das so langsam macht, sehr schön, genau, super. Guckt auch, dass die Beine fast...